In Bayern sind vier Straftäter aus einer geschlossenen Psychiatrie geflohen. Wie die Polizei mitteilte, entkamen die Männer im Alter von 27 bis 31 Jahren kurz nach 21 Uhr aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing. Die Fahndung läuft. Die vier Patienten hatten zunächst einen Mitarbeiter der Klinik bedroht und attackiert, um eine Öffnung der Pforte zu erzwingen. Dann flohen sie zu Fuß. Die vier Männer sind laut Polizei gefährlich. Wer sie sieht, sollte den Notruf 110 anrufen und sich ihnen nicht nähern.